... wenige Restkarten. Hallo und herzlich willkommen, die Damen. Bei uns geht's weiter mit einer Gruppe, wo wir vorhin schon mal die andere Gruppe gesehen haben, die da heißen Viva Moves, jetzt sehen wir Viva Dancers. Zwei Gruppen, beide vom VfL Lüneburg, wir sind in Niedersachsen. Die Welt ist im Wandel, so das Thema, das sie sich gewählt haben, und in jedem von uns steckt eine hübsche, hohe Frau, wollte ich fast sagen, nein. In jedem von uns steckt etwas Gutes und in jedem von uns steckt natürlich auch etwas Böses. Was letztendlich die Oberhand hat, das entscheidet jeder selbst. Entscheiden Sie jetzt, was denn hier bei der Gruppe Viva Dancers vielleicht die Oberhand gewinnen wird. Das Gute oder das Böse. Die Welt ist im Wandel. Viel Vergnügen, bitteschön. Die Welt ist im Wandel. Viel Vergnügen, bitteschön. Die Welt ist im Wandel. Viel Vergnügen, bitteschön. Eu muss der Natur gehen auf. Die Welt ist im Wandel. Ich spüre es im Wasser. Ich spüre es in der Erde. Ich spüre es in der Luft. Lass du es nie, Tolo, dann nach Gala. Im Auen, Tellin, Lezard. Lass du es nie, Tolo, dann nach Gala. Lass du es nie, Tolo, dann nach Gala. Applaus Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's.